So, wir sind in der LaserTech Arena in Düsseldorf von der Laserzone. Ich zeige euch jetzt gerne einmal, wie die Arena im Folgenden aufgebaut ist, wo man was finden kann, wo vielleicht gute Verstecke sind. So, hier sind wir im Eingangsbereich der Arena. Hier seht ihr zwar ein Target, aber wie ihr sehen könnt, aus. Auch im Spiel wird es außerdem nur bei gewissen Modi aktiviert werden. Ja, davon gibt es insgesamt bei uns hier in Düsseldorf vier Stück. Das war, wie gesagt, jetzt eins, was deaktiviert ist. Ich führe euch jetzt mal zu der Mitte der Arena, wo es den Reaktor gibt und ja, das ist ein Dreh- und Angelpunkt, wenn es hier immer richtig zur Sache geht. Da oben seht hier einen Kasten. Leuchtet meistens weiß, wenn der Reaktor gerade aktiv ist. Daneben finden wir einen kleinen Spot hier oben. Mal gucken, ob ich das einfangen kann. Davon gibt es dann noch insgesamt zwei weitere. So, da ist der zweite. Hier auch immer eine sehr schöne Ecke zum verstecken. Besonders beim Start mache ich das gerne, mich hier zu verstecken. Soll ich jetzt keinen Tipp geben, wie ihr mich am einfachsten ausschalten könnt. Nun mal zum dritten Spot. Da oben findet ihr ihn. Und einen, wo ich immer früher gedacht habe, der wäre einzeln. Aber der gehört wohl auch noch zum Reaktor hat man wohl dazu getan. Der befindet sich hier oben. So, von der Mitte gehen wir wieder auf den langen Gang. Ja, Laufduelle gibt es hier häufigst. Manchmal mehr nicht gerade lieb als rechts, sag ich mal so schön. Hier unten ist eigentlich auch immer was los in der unteren Ebene. Auch hier wieder ein Target, was dementsprechend... Man kann es kaum erkennen, glaube ich. Ja, überblicktum lässt grüßen. Ich versuche es mal von der Seite. Jetzt kann man es erkennen, da wo die rote Lampe gerade ist. Da ist ein Target. Aufentritt nur zu gewissen Spielmodi aktiv. So, gleich kommen wir zu einem der Target, die im regulären Spielbetrieb immer aktiv, immer aktiv ist, sind. In der Sprache ist nicht gerade meine Kunst. Muss ich fairerweise gestehen. Hier nochmal der Aufgang zum mittleren Kern der Arena. Hier wieder ein paar Schießscharten zu sehen. Und hier haben wir eines unserer aktiven Ziele auch im Spiel. Ja, die Targets helfen euch, Punkte zu bekommen. Ein Target entspricht ungefähr zehn Spielern. Ihr müsst dreimal drauf schießen, um das Target auszulösen. Solltet ihr abgeschossen werden, während ihr gerade dabei seid, müsst ihr natürlich von vorne anfangen. Ist natürlich immer sehr ärgerlich, aber manchmal unvermeidbar. Deswegen immer aus einer Deckung schießen. Ist ja so ein kleiner Tipp. Deckung, das ist immer so Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache. Sucht durch Deckung, bleibt aber nicht zu lange stehen. Weil wer stehen bleibt, wird nicht viele Punkte machen und im Spiel gnadenlos untergehen. So, nun kommen wir zu einem Spot, der persönliche Meinung von mir immer sehr stark besucht ist. Weil viele denken, hier muss ja irgendwas Wichtiges sein. Ja, das ist das sogenannte Beacon. Hier erhaltet ihr Boni in Form von doppelte Punktzahl. Schnellschuss. Dann noch Unverbundbarkeit. Ihr könnt den Reaktor auslösen. Das Auslösen gibt es auch wieder 1000 Punkte. Ja, was aber noch um Verwundbarkeit hatten wir schon. Ja, einmalig 50 Punkte. Ist jetzt nicht gerade der Bringer. Und je nachdem, was ihr da bekommen habt, desto länger dauert die Regeneration Zeit für neue Extras. Nun kommen wir zu einem der nächsten Targets. Ich mache es mal lieber aus der Entfernung. Da oben in der Ecke ist er. Bin gerade auch wieder auf einer Rampe. Ja, hier auch immer sehr schön, wenn hier oben Leute campen. Ihr müsst in der Nähe des Beacons dann die Leute da rausfasern. Das ist echt schon schwierig. Aber wenn man weiß, wie man hier in der Arena sich zu bewegen hat, dann ist das relativ leicht. So, hier ist die Box verändert worden. Vorher war da die Schießscharte noch offen. Da konnte man von dem Podest oben sehr gut reinfasern. Hat man, wie man sieht, gut verändert. Positiv auf jeden Fall. Da hat man einen gewissen Schutz, wenn man kurz eine Pause braucht, wenn man schon zu sehr gelaufen ist. So, dann gehen wir auch langsam wieder Richtung Eingang. Ich bin jetzt nicht durch jeden Kasten gelaufen, weil ich denke mal, das wäre ein bisschen too much, weil da müsste ich schon fast einen Lageplan erstellen. Kommen wir jetzt zum letzten Target in der Arena. Auch wieder hier oben in der Ecke. Also, Targets dreimal treffen. Beacon ist ähnlich eines Targets auch dreimal treffen. Es können verschiedene Spielmodi gespielt werden. Die wichtigsten sind eigentlich Standardspiel. Je nach Teamgröße, wie viele Teams man da hat. Wir machen auch häufiger High Society. Schaut einfach mal auf der Seite nach. Da werden auch andere Spielmodi gespielt, wie das Battle SM5. Das ist Rollenspiel mit Lasertag gemischt. Was haben wir noch im Aufgebot? Ja, Gladiator und ähnliches. Das werde ich euch vielleicht mal in einem der nächsten Videos erklären, welcher Spielmodi was bietet. Und wenn ihr häufiger mal hier sein wollt in der Laserzone, meldet euch an. Sprecht uns in Facebook an. Da ist immer rege Beteiligung. Bis denn, euer Kapp.